Übungstest zum TELC-Zertifikat Deutsch Plus B2 Hörverstehen Teil 1 Sie hören nun eine Nachrichtensendung. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben lösen. Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 41 bis 45. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Nachrichten Berlin Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung kommt heute in Berlin mit Vertretern von Migrantenorganisationen zusammen. Bei dem Treffen im Kanzleramt steht die Umsetzung des nationalen Integrationsplans im Mittelpunkt. Damit werden die Initiativen von Bund, Ländern, Kommunen, Wirtschaft und Verbänden zusammengeführt, um die Eingliederung der 15 Millionen Menschen in Deutschland mit sogenanntem Migrationshintergrund zu verbessern. Karlsruhe Berlin Mehr als die Hälfte der Bundesbürger ist einer neuen Studie zufolge zu dick. Zwei Drittel der Männer und 51 Prozent der Frauen sind übergewichtig. Dies geht aus einer neuen Ernährungsstudie hervor. Für die Studie wurden fast 20.000 Deutsche zwischen 14 und 80 Jahren zu Essverhalten, sportlichen Aktivitäten, Einkaufspraxis und Lebensstil befragt. Die Ergebnisse sollen dem Aktionsplan Ernährung der Bundesregierung als Grundlage dienen. Die Minister für Verbraucherschutz und Gesundheit wollen damit für gesündere Ernährung und mehr Bewegung sorgen. Cape Canaveral In einem gefährlichen Außenbordeinsatz haben zwei Astronauten der Internationalen Raumstation am Mittwoch ein Sonnensegel repariert. Kommandantin Peggy Whitson und Ingenieur Daniel Taney durften bei dem Austausch des Motors nur arbeiten, wenn sich der Orbitalkomplex auf der dunklen Seite der Erde befand. So sollte die Gefahr eines Stromschlags vermieden werden. Auch künstliche Lichtquellen wurden nur minimal eingesetzt. Als der neue Motor montiert und eingeschaltet war, verbesserte sich sofort spürbar die Stromversorgung in der ISS. Peking Im Kampf mit einer beispiellosen Schneekatastrophe soll Chinas Volksarmee Millionen Menschen zu Hilfe kommen, die auf der Heimreise zu den Neujahrsfeiern gestrandet sind. Mindestens 460.000 Soldaten seien im ganzen Land mobilisiert worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Vertreter der chinesischen Regierung begaben sich in die betroffenen Provinzen, wo Tausende auf eisigen Bahnhöfen festsitzen. Der massive Wintereinbruch brachte in vielen Teilen des Landes den Verkehr zum Erliegen und führte zu Stromausfällen. Mindestens 50 Menschen starben in dem Wetterchaos. Bombay Genau 60 Jahre nach seiner Ermordung durch einen Hindu-Fanatiker ist die Asche des legendären indischen Freiheitskämpfers Mahatma Gandhi vor der Küste von Bombay verstreut worden. Gandhis Urenkelin mischte die Asche Gandhis gemäß hinduistischem Ritus mit Wasser und schüttete die Urne über dem Arabischen Meer aus. Dafür fuhr die 75-Jährige mit weiteren Familienmitgliedern in einem Boot rund einen Kilometer aufs Meer hinaus. An der Zeremonie, bei der eine Polizeikapelle Gandhis Lieblingsstücke spielte, nahm auch die indische Innenministerin teil. Das waren die Nachrichten. Und nun zum Wetter. Ende des Tests Hörverstehen Teil 1 Hörverstehen Teil 2 Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Vielen Dank. Mit der Bahn ist man in ungefähr 20 Minuten am Frankfurter Hauptbahnhof. Gut. Wir haben Sie heute ja auch mit deshalb eingeladen, weil Ihr Kino kürzlich ein großes Jubiläum feiern konnte. Welches war das denn? Das war wirklich ein besonderes Fest. Unser Kino ist 100 Jahre alt geworden. Mein Großonkel hatte es schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts gegründet. Damals ein Kino zu gründen und noch dazu in der Provinz, das war doch sicher sehr ungewöhnlich. Wie kam es denn dazu? Mein Großonkel war eigentlich Wirt. Er hatte das größte Gasthaus im Ort. Es muss ein furchtbar verregneter Sommer gewesen sein, als eine Schauspieltruppe zu ihm kam und seinen Gastraum mieten wollte. Um seinen Gästen bei dem schrecklichen Wetter wenigstens etwas Unterhaltung zu bieten, sagte er zu. Nach zwei Wochen waren sie verschwunden, ohne zu zahlen. Aber dafür ließen sie immerhin den Projektor zurück. Wann gab es denn dann den ersten separaten Kinosaal? Das war erst zu Beginn der 20er Jahre. Mitte der 60er baute mein Vater, der das Kino inzwischen übernommen hatte, den zweiten. Und Anfang der 70er Jahre, nach dem Tod meines Vaters, bauten wir dann den dritten Saal. Jetzt haben sie gerade wir gesagt. Wer außer Ihnen war denn da noch dabei? Als 1972 mein Vater sehr plötzlich starb, habe ich mich quasi über Nacht entschlossen, das Kino zu übernehmen. Damals war ich erst 22 und arbeitete als Bankangestellte. Gab also die Sicherheit eines geregelten Berufs für ein Abenteuer auf. Aber das habe ich nie bereut. Es war einfach wahnsinnig viel zu tun. Und so stieg dann zwei Jahre später noch meine Schwägerin mit ein. Und inzwischen sind meine beiden jüngeren Schwestern auch noch mit im Team. Vier Frauen und ein Kino. Geht das denn gut? Ja, es funktioniert wunderbar. Es sind ja nicht nur wir vier. Insgesamt arbeiten in unserem Kino 14 Personen. Und uns Schwestern ist die Leidenschaft fürs Kino ja sowieso in die Wiege gelegt worden. Berühmte Stars wie Mario Ardorf oder Sarah Leander als Gäste der Familie zu erleben. Das war für uns ganz normal. Und die Tatsache, dass wir uns alle dem Erbe unseres Großonkels und unseres Vaters verpflichtet fühlten, schweißt zusammen. Auch wenn es im Alltag natürlich schon mal Streit und Konflikte gibt. Das bleibt auch bei uns nicht aus. Wie sieht es denn bei Ihnen aus mit der Arbeitsteilung? Wer ist wofür zuständig? Also, ich kümmere mich vor allem um die Bestellung von neuen Filmen. Meine Schwägerin hat zum Glück ein super Zahlenverständnis und macht die Buchhaltung. Und die beiden anderen sind verantwortlich für die Werbung und das Personal. Das Programm entscheiden wir aber immer gemeinsam. Da ist ein interessantes Stichwort gefallen. Das Programm. Wie ist da so Ihr Profil? Tja, da wir wie alle natürlich auch von etwas leben müssen, ist eine Schiene die kommerziellen Filme, die bei einem breiten Publikum gut ankommen und uns somit den Betrieb finanzieren. Das ermöglicht uns, auch Filme mit einem höheren künstlerischen Anspruch zu zeigen, bei denen wir dann auch schon mal draufzahlen. Und wir bieten regelmäßig Sonderprogramme an. Zum Beispiel für Jugendliche den Teenies Day oder auch mal einen extra Frauentag. Sie haben ja eben von der Notwendigkeit gesprochen, auch wirtschaftlich zu denken. Wie sehen Sie denn so ganz allgemein die Zukunft des Kinos? Oh, da bin ich optimistisch. Ich denke, Kino wird es immer geben. Dann hoffe ich mal, dass Sie mit Ihrem Optimismus recht behalten werden und danke Ihnen für das Gespräch. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vergessen Sie nicht, falls Sie mal nach Hanau kommen sollten, dem Kosmos Kino einen Besuch abzustatten. Ja, danke auch von mir. Und wir freuen uns natürlich immer über Gäste. Das war Frau Pesina aus Hanau. Und nun zu unserem nächsten Thema. Sie haben nun noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansagen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 56 bis 60. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Sie wollen nach Bremen fahren und sitzen im ICE in Wagen Nummer 34. Da hören Sie folgende Durchsage. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und herzlich willkommen im ICE 782 nach Hamburg-Altona. Unser Zug besteht aus zwei Teilen und wird in Hannover getrennt. Der vordere Teil mit dem Wagen 31 bis 37 fährt nach Hamburg-Altona. Der hintere Teil mit dem Wagen 21 bis 27 fährt nach Bremen. Ein Durchgang zwischen beiden Zugteilen ist nicht möglich. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nummer 57. Sie haben Lust, auf eine große Party zu gehen, haben aber im Moment sehr wenig Geld. Da hören Sie im Radio folgende Ansage. Und hier noch ein wichtiger Veranstaltungshinweis in eigener Sache. Das Popradio wird volljährig. Wir senden jetzt schon seit 18 Jahren und finden, das muss gefeiert werden. Und zwar ganz groß. Deshalb gibt es am Samstag, den 2. Februar, eine Riesenparty in der Zeche Karl in Essen. Natürlich mit ganz viel Musik und einem Riesenbuffet. Und das Beste daran, der ganze Spaß kostet nur 8 Euro pro Person. Und wer uns zum Geburtstag eine lustige Geschichte über den eigenen 18. Geburtstag schickt, bekommt für sich und eine Begleitperson sogar Freikarten. Die beste Geschichte wird prämiert. Also dann, bis bald! Nummer 58. Sie sind mit einer Freundin zum Spazierengehen verabredet und hören folgende Nachricht von ihr auf ihrem Anrufbeantworter. Antworter. Hallo, Melanie hier. Ähm, tja, jetzt ist es Sonntagmittag. Wir wollten heute Nachmittag ja eigentlich zusammen spazieren gehen. Aber jetzt ist erstens das Wetter ja wirklich nicht grad was für ein Spaziergang bei dem Dauerregen. Und außerdem habe ich mich blöderweise auch noch ziemlich heftig erkältet. Und morgen muss ich fit sein. Dann muss ich dienstlich nach Magdeburg. Das liegt ja auch nicht eben um die Ecke. Also, ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich das heute jetzt absag. Ich melde mich dann wieder, wenn ich zurück bin. Nummer 59. Sie interessieren sich für klassische Musik, mögen aber die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts nicht. Sie hören im Radio folgenden Konzerthinweis. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir möchten Sie nochmals besonders auf Ultraschall hinweisen. Das Festival für neue Musik, das in den nächsten beiden Wochen hier in Berlin stattfindet. Erleben Sie ungewöhnliche Klänge auf ungewöhnliche Musik. Bei ungewöhnlichen Instrumenten hören Sie Uraufführungen, erleben Sie Komponisten, die ihre eigenen Werke dirigieren und vieles mehr. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen unter der Telefonnummer 01805 77 77 77 77 oder im Internet unter www.ticketonline.de Nummer 60. Es ist Anfang März. Sie möchten mit Kindern von Bekannten in den Nürnberger zugehen und hören im Radio folgenden Hinweis. Der Zustand des Nürnberger Eisbärenbabys Flocke ist weiterhin stabil. Die Kleine war von ihrer Mutter verstoßen worden und muss jetzt mit der Flasche aufgezogen werden. Sie entwickelt sich aber nach den Aussagen ihrer Tierpflegerin prächtig. Sie trinkt jetzt regelmäßig und wiegt inzwischen schon fast drei Kilo. Im April soll Flocke dann erstmals im Freigehege dem Publikum gezeigt werden. Ende des Tests höher verstehen.